frisst das ja ja soll ich auch das einfach rein und kaputt machen schlägt schnell schnell ja lasst mich doch bitte nur raus du wirst nicht mein kumpel angreifen ja findet ihr das kinderspiel ist da mal einer von euch ich weiß wie er denkt geschießt einfach nur alles was sich bewegt ich aber auch was soll ich jetzt überhaupt machen könnte ich auch mal schauen jetzt soll ich wieder zurücklaufen ist es dein ernst oder ich laufe dahin also die kummern kommando zentral ja soll ich die gut machen will irgendwie schon eigentlich ich werde kurz bis ich unsichtbar werde und dann gehe ich da rein und auf jeden fall habe ich halt viele menschen erledigt und bin hier durch den teleporter wieder zurückgereist und zwar von hier habe hier viele menschen erledigt habe auch den sprengmeister den batista getötet und jetzt gebe ich die aufgabe mal wieder ab und ich hoffe jetzt mal dass die aufnahme nicht wieder irgendwann abkackt und wenn doch dann bemerke ich das hoffentlich gleich der batista lebt nicht mehr das blatt wendet sich zu unseren gunsten ganz ehrlich ihr entwickler ihr könnt mich echt mal ich war hier vorne muss jetzt hier wieder zurück nur für diesen einsatz und jetzt darf ich hier wieder hin ihr könnt mich echt mal ihr könnt mich echt mal wie ich das spiel mittlerweile hasse ich würde es einfach nur zu ende spielen leute 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 das kann doch nicht sein das kann ich nicht sein da kann ich nicht mal über mich hin teleportieren nein ich muss da erstmal hinlaufen als ob die bäume nicht wissen wo die nächsten bäume sind mein gott ich will ich gerade verzweifeln so ja grüßt dich guten tag der ja ja macht das mal kaputt was darum schießt bitte ich da wieder hingehen und es kaputt machen ich habe das doch alles schon kaputt gemacht vorher das habt ihr nicht gesehen habe ich habe ich alles schon kaputt gemacht fährt bei dir alles gut ja da mal kurz schauen was das ist weil das ist nicht schlecht habe ich ja ziemlich viel schon verbraucht wieder so für die anbruchs habe ich wieder fünf bist du jetzt kaputt wieso ist das noch kaputt und die anderen sache nicht mehr egal ich verstehe es nicht noch egal ich glaube jetzt hier einfach mal lang weil er hinten sieht's cool aus hallo nein ich wollte hier drücken für für dings zu unsichtbarkeit so wo seid ihr denn ach ich bin ich kann nicht unsichtbar ich kann nicht unsichtbar machen nein nein sterbe ich davon nein ok bin ich denn überhaupt gelandet hier auf jeden fall sah es dir cool aus ohje ich bin hier voll bei den menschen gelandet ohje da hinten auch überall menschen dazu gemacht egal wo muss ich genau in die andere richtung egal ich glaube ich ziehe den langen weg ich scheißegal wenn die entwickler wollen dass ich hier alles erforsche erforsche ich halt alles dieses spiel schön sieht es aus dass sie es auf jeden fall das ist ein hubschrauber das ist gar nicht gut ich liebe mal weg hier jetzt brauche ich auch wieder zellproben jetzt brauche ich hier zu schon law zu 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 Zentrale Kommando und Zentrale. Da war ich doch schon mal. Klingt übrigens auch sehr nett, das Wort. Zentrale Kommando Zentrale. Okay. Ja, komm, schieß auf mich. Komm, flieg auf mich zu, komm. Und hier vibriert mein Handy. Ich hab mich verlaufen. Ah, da, ein Turm. Ah, da, ein Mensch. Wo ein Mensch ist, ist auch ein Weg. Leute. Ist alles hier gespawnt. Ich hör dir vor. Ich kann es nicht für dich nutzen. Ich kann sie hier. Hey, drehe ich um. Ich glaube, ich bin nur noch durch. So. Hier lang, hier lang. Oh. Oh, ich glaube, du bist nicht mehr so ganz, ganz. Abgestürzt? Ja? Schade. Oh, vielleicht soll ich helfen? Was ist denn das hier? Schild. Oh, man. Oh, auch abgestürzt. Hey, nicht mein Kumpel angreifen. Ähm, Leute, da brennt was. Hallo, löschen. Okay. Nein, nicht. Ruhig, 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 ruhig. Hey, 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 hey. Ja, du gehst rein, du siehst mich aber nicht. Ich versuche. Unterwegs noch die Zellproben einsammeln. Heilen. Zellproben. Nochmal Zellproben. Oh, grüß dich, du. Grüß Gott. Ja, ich bin irre. Ja, 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 ja. Ich mach auch noch kaputt. Muss ich hierhin, Leute? Äh. Du glühst so cool. Ich möchte auch glühn. Im Nennai-Dorf sind wir jetzt. Ich sehe zwar kein Dorf. Oh, den müssen wir kaputt machen. Uh, geht noch. Hey, 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 hey. Hey, hör auf damit, okay? Wo ist er? Da. Hey, Kollege, dreht euch um. Auch gut, hey, Kollege, dreht euch um. Hey, Kollege, dreht euch um. Gut Deutsch heute. Du, 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 du. Dramatische Musik. Ja, ich lasse dich mal weiterkämpfen. Meine Aufgabe sind ja eher die Hörwertigen, ne? So, hier konnte ich doch hochklettern, oder? Ja. Aber dranspringen kann ich natürlich nicht. Sieht nur vom Boden aus. Ach, hier ist das Dorf. Schön friedlich. Und, äh, gell? Du da. Da draußen böse. Du hier drinnen. Pflanzen pflücken. Okay. Hallo. Könnt ihr mal euren Kollegen da draußen helfen? Wir sind im Krieg, verdammt. Wir sind im Krieg. Oh mein Gott. Ja, du. Ja, nicht so langsam, schneller. Komm, ich mach das mal vor. Guck so. Zack, 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 zack. Hallo? Da, Krieg. Kann ich nicht hauen? Nein. Komm, da draußen Krieg. Da draußen. Da. Siehst du? Da in die Richtung. Krieg. Okay. Ihr seid alle dumm. Ihr seid alle dumm. Ich mach einfach hier weiter mit meinen Kung-Fu-Sprüngen. Hm. Sieht lecker aus. Na, Kollege, wer bist du? Rider, deine Fähigkeiten werden wieder benötigt. Ein Kommandant namens Winslow führt die Menschen an. Er führt sie mit seinen Worten. Bring ihn zum Schweigen. Ich schau mal, was ich tun kann. Du musst es tun. Unser Angriff scheitert. Du musst dein Ziel erreichen. Okay. Winslow. Und töten. Das ist schon ein bisschen brutal, das Spiel, oder? Aber gut, wenn die von uns so lang, dass wir ihn töten, dann machen wir das natürlich. Winslow muss aufgehalten werden. Beeil dich. Unser Angriff scheitert. Ja, ja, okay. Machen wir. So, wo ist denn Winslow? Natürlich nicht irgendwie direkt davor. Nein. Das ist am ganz anderen Ende. Oh mein Gott. Hey, Leute. Fährten könnt ihr da draußen lesen. Draußen ist nämlich die Spur des Todes. Was ist denn hier oben? Hier müsste noch irgendwas Besonderes sein. Ach, vielleicht. Ich könnte mal wieder eigentlich mit so einem Fliegeteil rumfliegen. Benji? Benji. Ne, Benji war es in der Sprache der Menschen. Äh, mit einem. Mit einem. Ähm. Ja, wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Keine Ahnung. Ja, ich zeig's ihm. Ja, ja, schießt einfach weiter. Ich glaub weiter. Ihr seid kaputt. Ja, hier ist noch was zum kaputt machen. Kaputt machen. Hier lang? Ich glaub, hier sieht's ganz gut aus. Oha. Wo bist du? Ah, da. Wo sind die Gegner? Ach, da hinten. Ich komm von hinten. Psst. Ich steig mich an. Ich steig mich an von hinten. Ich steig mich an. Ich steig mich an. Höhöh. Alles kaputt. Ich hab ein Schütschü. Hey, Kollege ist meiner. Ja, das ist meine. Sag ich doch. Okay. Ja, ihr kontaktiert mal. Ne, bitte nehmt auch die Adresse auf. Und schönen Namen, Telefonnummer. Ganz wichtig. Und, ähm. Ich kontaktiere mal die Oberbösen. Ja, hi, 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 hi. Das ist ja fies. Ich bin zu Fuß unterwegs. Und, wow, wow. Ich bin unsichtbar. Ja, 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 du siehst sie. Ja, ja, du siehst sie. Mö, für dich. Guter Abschiff. Ach, da hinten dran. Darauf schlägt er ein. Er schlägt gar nicht auf das Teil ein. Ach, das sind alle kaputt. Okay. Ja, ich bin der Traumwandler. Ich weiß. Ich bin der Beste. Ja, ich bin der Beste.